Ja, hallo Freunde! Wir machen weiter mit einer neuen Folge Assassin's Creed. Megamäßig, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind hier in der Orakelhöhle und sollen hier die letzte Heldin finden, die wir töten sollen. Ja, wir sind im Erkundungsgebiet und legen direkt los. Irgendwo hier in dieser krüppeligen Höhle soll sie sich versteckt haben. Wir gehen mal links lang, weil rechts, wissen wir, geht es ja in diese ominöse Höhle, wo wir die mykänischen Artefakte oder Stählen besorgt haben. Zack, hier rüber. Und hier geht es auch weiter in die Höhle rein. Ich erinnere mich, hier war ich schon mal. Hatte aber keine Lust, die weiter zu erkunden. Jetzt müssen wir... Ich seh nix. Ich mein, es muss noch einen anderen Zugang geben. Wenn die hier in der Höhle wohnt, kann die ja nicht immer hier reinspringen und rausklettern. Macht ja keinen Sinn. Da haben wir sie. Okay, die ist mit dem Gesicht weggedreht. Zack. Einmal konnte sie zuschlagen. Und sie ist ein dreckiger Kultist. In den Staub. I like. Da geht mir das Herz auf. Zeig mal her. Wo ist sie? Hier oben. Jawoll, Ski. Perfekt. Ein Traum wird wahr. Sind nicht mehr so viele. Inventar. Wir haben ja einen neuen Gegenstand bekommen. Ist nix für uns, ne? Gehen wir mal hier dran. Hier sollten wir auch was haben. Dann hier an die Quest. Jetzt können wir doch eigentlich zurück. Oder nicht? Warten wir mal. Vielleicht kriegen wir jetzt erstmal eine neue Mission. Ne, kriegen wir nicht. Da ist es doch. Da ist er doch. Der Stentor. Das alte Kettenkarussell. Gut. Jetzt aber hier erstmal noch hin. Ne, wir gehen hier mit der Schnellreise hin. Wunderbar. Bevor wir zu Stentor natürlich gehen, werden wir uns hier nochmal die Sachen angucken. Das könnte doch ein Tempel sein. Auf der Seite steigt Rauch auf. Das interessiert mich auch. Was soll das sein? Vulkan oder so? Ich weiß es nicht. Das Rätsel müssen wir auch noch lösen. Irgendein abgebrannter Tempel. Na gut, der ist es nicht. Festungen sind hier auch noch dran. Gibt's hier Gefangene oder? Ne. Das sind nur Kisten. Die werden wahrscheinlich noch dazugehören. Gut. Dann ist er der Erste. Tut mir leid. Ich brauche dein Adrenalin. Gehörte doch nicht dazu. Ist ja aber nicht schlimm. Adrenalin brauchen wir ja immer. Ich muss erst einmal mich genau vergewissern, ob das hier vorne auch einer ist, der bewaffnet ist. ist es aber nicht. Komm, wir lassen die frei. Wieso sind die denn alle so stark? Und der geht wieder. Weil der keine Rüstung anhat. Und der ist so ein bisschen nervös hier hinten, ne? Er war nervös. Schlavenzeln wir rum. einmal durch den Arsch gezogen und weg. Jetzt können wir uns die erste Truhe sichern. Jo. Das ist perfekt. Ich bin ein Schwein. Ich bin und bleib' ne Sau. Die ticke Tafel sollte auch irgendwo sein. Erstmal töten wir alle. Erstmal töten wir alle. Einmal im Karussell gesprungen. Wunderbar. So, wo ist die Tafel? Irgendwo hier oben? Unten? Nope. Vier uralte Tafeln. Da hinten war zwar noch einer, aber drauf geschissen, oder? Soll er ruhig erzählen, dass er der einzig Überlebende ist? Wieso? 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 Jetzt gehen wir natürlich hier hin. Hier werden wir das Rätsel lösen, bin ich sehr sicher. Aber wir gehen erstmal hier hin. Nein, Phobos kann man nicht in Sperrgebieten rufen. Hätten wir das auch geklärt. Moment, hier können wir das mitnehmen. Oder auch nicht. Das ist ein kleines Städtchen, wie es aussieht. Oder ein Hafen. Ja. Ich dachte, es sind nur zwei. Das wäre geil gewesen. Ach nein, nicht schon wieder so ein Rätsel. Muss das denn wirklich sein? Ich glaube, es muss sein. In your face. Jetzt ziehen wir ihn hier hinten. Halt, schön ausschau. Und du bist der Letzte. Ich habe euch alle befreit. Irgendwo sollte es versteckt sein. Da drüben im Zelt. Über die Kiste zum Zelt. Schweinereien. Manchmal können Soldaten Schweine sein. Wenn du der Straße vom Hafenkreuz nach Osten volkst, triffst du auf Gruben voller blutverschmierter Schweine. Graben voller toter Schweine. Das muss ja hier irgendwo sein. Hatten die gesagt Osten? Osten. Jo. Ist jetzt keine Lust zu zerlegen. Die Straße nach Osten. Vielleicht haben wir Glück und es ist direkt hier... Kann der nicht rüberspringen, ne? Geht nicht. Überall schafft das. Aber diese kleinen Pikzäune hier... Da ist er voll am Arsch. Halt, da kommen wir ja durch. Wenn ich der Straße nach Osten folge, komme ich an einem Graben, wo Schweine drin sind. Ein Graben voll Schweine. Was soll denn das sein? Ich kann kein Graben erkennen. Könnte das gemeint sein hier? Ne. Ich habe es versucht. Ich werde es suchen. Aber jetzt die Zeit zu verschwenden, macht ja auch keinen Sinn. Ich werde es schon finden und dann in der nächsten Folge werden wir da starten. Vielleicht starten wir auch gar nicht mehr. Es dauert wieder ewig. Aha. Gut. Ähm. Ja. Anderes Fragezeichen. Und zwar das hier in der hinteren Ecke. Hey. Kurz an der Tafel vorbei. Und weiter geht's. Da bin ich mir sicher, werden wir ein Rätsel lösen können. Das muss der verkohlte Tempel sein. Diesmal bin ich aber schneller. Ja, es war klar. Einmal musste sie mich treffen. 25 Leder. Das ist doch nicht der Tempel. Der verbrannte. Nein. Glocken ist einfach nicht drin. Du darfst auch sterben. Nenn mal schnell hier rein. Das hier stelle ich mir wirklich wie so eine Wolfshöle vor. Da geht's noch weiter. Nein. Frischen Kohl haben wir gefunden. Machen wir erstmal eine lecker Kohlsuppe. Viel interessanter ist. Wo ist dieser komische Tempel, der abgebrannt ist? Vielleicht kann ich von hier oben was sehen. Also es soll hier definitiv einen abgebrannten Tempel geben. Habt ihr ja gesehen. In diesem Gebirge. Da, wo wir jetzt auch gerade sind. Das könnte auch hier irgendwo sein. Düdeln wir mal da rüber. So viel Zeit muss sein. Ich vermute ihn da. Vorbos. Nein. Oh, er hat überlebt. Sehr gut. Braves Pferdchen. Ich kann keinen abgebrannten Tempel sehen. Tut mir leid. Hier in diesem Gebirge ist alles heile. Oh, wartet mal. Da vorne steigt Rauch auf. Könnte es eventuell... Könnte es eventuell... Das hier sein. Kann es nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Haben wir dann jetzt alles? Wir haben hier alles. Das hier ist der Tempel. Freunde, da gehen wir jetzt auf jeden Fall nochmal hin. Ich muss da hin. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Vorbos. Aber aus der Luft habe ich ihn echt nicht gesehen. Ich bin doch da auch geflogen, oder nicht? Theoretisch hätte ich ihn noch sehen müssen. Theoretisch. Praktisch kann doch sein, dass ich ab und an ein wenig blind bin. Jawohl. Genau hier bei mir ist das. Ich habe mich doch hinter meiner Säule hier entdeckt. Einmal. Vier Sekunden Vergiftungsdauer. Perfekt. Danke. So, jetzt haben wir das schon mal soweit geklärt. Gott sei Dank, jetzt kann ich ruhig schlafen. Außer diesen Schweinegraben, den haben wir noch nicht gefunden, aber den finden wir auch noch. Jetzt zurück zu Stentor. Kein Schnellreisepunkt in der Nähe. Dann nehmen wir den. Ne, nehmen wir nicht. Jetzt geht es wieder nicht. Haben sie es doch nicht rausgepatcht. Also, was haben wir echt alles abgefrühstückt? Ich kann es kaum glauben. Klar, die Burgen noch. Und die laufen uns ja nicht weg. Genau geradeaus. Jetzt werden wir unseren Vater wahrscheinlich treffen. Oder unseren Ziehvater. Stentor wird ein Hörnchen schwillen, dass er ihn doch noch getroffen hat. Und in ewige Dankbarkeit uns gegenüber verfallen, weil wir einfach der geilste sind. Ja, sicher. Einmal schnapp und weg sind hier. Mein Pferd wird gejagt. Ich habe keine Zeit, Jungs. Ich muss zum Chief. Ja. 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 Ich bin Söldner. Töten ist mein Beruf. Daran ist nichts Göttliches. Bescheiden, aber sterblich. Auch dich wird Hades noch bekommen. Den Fluss überqueren wir, wenn wir dort sind. Ich habe keine Zeit für sowas. Sparta muss dieses Gebiet einnehmen, solange wir die Chance dazu haben. Ist doch schon passiert. Oh, no way. Warte, lass mich kurz überlegen. Wir versuchen es. Bringen wir es hinter uns. Darin sind wir uns einig. Je eher ich dich loswerde, desto besser. Ich glaube, ja, Stento wird das nicht überleben. Wollt ihr die Könige? Wo sind sie? So. Es ist keine Könige da. Dann müssen wir erstmal die Lakaien wegkloppen. Bam. Bam. Da fliegen sie. Ah, da hinten ist einer. Ey, die Spatiaten. Die darf ich doch nicht töten. Rums die Bums. Ach komm schon. Da ist er. Guter dahin gerafft. Hierzu wieder der Nächste. Bam. Du bist der feindliche Hauptmann? Ja, du bist ein Söldner, oder nicht? Wer bist du denn? Hier. Hier. In den Staub. Autsch. Alexios. Ach du Scheiße. Wo ist sie denn jetzt hin? Das habe ich einmal weggeguckt. Da fliegt sie. 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 Hier. Da fliegt sie. Daneben. Jetzt haben wir sie. Und in den Staub. Und ich will zu dem Hauptmann. Jetzt lass mich doch mal hier durch. Mann. hin, ein bisschen Adrenalin. Da hinten ist der Nächste. Lasst mich vorbei, ich muss töten. und weiter im text aber stimmt sie halten einfach nicht durch wir sind einfach zu hammermäßig unterwegs das habe ich gar nichts gesehen im schatten du bist der nächste oder kann ein bisschen mehr wenn ihr ihn nicht tötet muss ich ihn töten geheilt und weg ist er zack klarer sieg los lauf batsch noch meinen rücken 21 soldaten sechs hauptmänner läuft und wo war stentor ja du hast nicht geholfen wäre ich nicht gewesen hättet ihr das nicht überlebt mein vater hätte einen deutlicheren sieg errungen aber er ist nicht hier und zwar deinetwegen wenn ich mich recht entsinne fang nicht an sag mir ja nicht was ich tun soll ich habe hier das kommando wollte der wolf nicht mit ihm sprechen bei den göttern wie kann man so arrogant sein kein wunder dass mein vater dich verstoßen hat du weißt nichts über meine familie ich weiß dass er dich von einer klippe stieß und mich wählte na wer ist jetzt arrogant du bist nur ein nachzügler ein schlechter ersatz gutes argument das werden wir noch sehen was meinst du können wir nicht einfach töten nun da wir die athena auf dem feld besiegt haben ist es zeit mich um einen wahren feind zu kümmern come on es wird zeit deine arbeit ist getan söldner ach ich liebe es und jetzt töte ich dich für das was du mir in megares genommen hast warum machst du das weil du einfach nach megares marschierst den verdammten krieg ruinierst und dann ermordest du meinen vater ich habe getan was ich tun musste und das tue ich auch was hättest du denn davon wenn du mich tötest rache gerechtigkeit frieden eins davon wäre schon genug aber alle drei sind besser glaubst du rache betäubt dein schmerz glaub mir das klappt nicht das ist der punkt ich glaube dir nicht jetzt kommt der wolf um die ecke du musst das nicht tun stentor oh aber ich tue es und nichts was du sagst wird mich davon abbringen das ist nicht das was nikolaus gewollt hätte woher willst du das wissen verräter ich bin kein verräter du hast sparta verraten du hast deine familie verraten du hast meinen vater getötet und mir ein normales leben verwehrt du verdienst nichts außer meinen kalten stahl der sich in dein herz bohrt boah ich kann es kaum erwarten bitte jawoll euch umzubringen wird die alten wunden nicht heilen pater hallo stento ich dachte du wärst tot noch nicht ganz er sollte für seine taten büßen ich habe schon mehr gebüßt als du dir vorstellen kannst es ist mir scheißegal was du durchgemacht hast stentor es ist vorbei ich verstehe nicht ihr seid zu größerem bestimmt werde der anführer zu dem ich dich ausgebildet habe führe spart das heere und kehre siegreich zurück wie du bist ein ehrenhafter mann ein treuer sohn und großer krieger du wirst ein besserer anführer sein als ich es je war du hast es in dir das werde ich vater ich werde dich stolz machen das hast du bereits Glück gehabt mein Freund das hätte böse enden können für ihn Alexios ein Schatten liegt über Sparta sei vorsichtig wenn du zurückkehrst Martha und ich kommen schon klar wo war sie auf einem Thron klingt ganz nach ihr mögen die Götter über euch wachen Nikolaus sieht aus als hätte er einen Leberschaden total die gelben Augen was sollen wir machen sprich vor dem Thronsaal mit Myrine das ist wo ja klar hier also hier geht es weiter machen wir natürlich nicht denn wir haben ja noch zwei Festungen vor uns die wir definitiv auseinander nehmen müssen und dann werden wir natürlich zurück und das Rätsel werden wir natürlich auch noch knacken gut Freunde schauen wir noch einmal hier rein und dann ist auch Schluss für heute ich habe schon überscrollt ist ja auch boogie wir kennen die Mission ja hier gibt es das gelöste noch ein paar Ressourcen farmen so viel Zeit muss sein gut damit haben wir es ich bedanke mich fürs Zusehen in der nächsten Folge wie versprochen machen wir die Festung über eine Bewertung wie immer Freunde würde ich mich riesig freuen bis zum nächsten Mal Schluss und aus ich verflüssige mich und bin raus spiroz bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal